Hallo, heute erwartet euch mal wieder ein Fashion Video und zwar zeige ich euch heute 5 Frühlingsoutfits. Diese Outfits sind eher für Sonnigarte Tage gedacht, also eher schon Tage, die mehr in die Richtung Sommer gehen. Klar, wenn es jetzt ein bisschen kälter ist, könnt ihr zum Beispiel bei Shorts oder drückende Strumpfhose anziehen und natürlich über alle Outfits einfach noch Strickjacken oder normale Jacken ziehen. Und dann ist es auch ein bisschen besser für die normalen Frühlingstage, sage ich mal. Ich habe die Outfits halt an einem sehr warmen Tag gedreht, deswegen sind sie jetzt so sommerlich, sage ich mal. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mit dem Video anfangen. Und vergesst mir nicht, am Ende des Videos einen Kommentar zu hinterlassen, in dem ihr schreibt, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.